Also zunächst müssen wir die Spiralen rausnehmen. Da hatte ich doch diese wunderschöne Zange gerade. Also so eine kleine Zange hier einpädeln. Alles klar. Jetzt werden eigentlich alle erklärt. Da bin ich jetzt mal so gemütlich. Kann man den lassen? Nein, der eine Motor, der bleibt. Das ist alles Spiralen raus. Ich freue mich. Du kannst hier nach. Ihr habt ihr? Frau, ich Willi. Das ist ja gewusst. Ich habe nicht mit so viel Druck gearbeitet. Also beim ersten Fach wollen Sie, der hat sich jetzt ausgehängt durch unsere Abzone, der soll drin bleiben. Wir wollen diese beiden. Genau. Und versuchen Sie es. Versuchen Sie es. Ja, einfach aufstecken. So, und jetzt in den Leermotor rein. Erster Leermotor. Da wird nicht aufsteckt. Nächster Motor raus. Oben drauf drücken. Einfach ziehen. Das geht jetzt. Genau. Die Leermotor. So, jetzt die zwei noch. Die zwei kommen einfach weg. Die werden nur abgesteckt. Da kommt nichts mehr Ersatz in. Da kommt eine Umpolstation rein. Umpolstation? Ja. 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 Die zwei kommen oben. Das weiß ich jetzt. Ein bisschen rüber drücken. Alles klar. Hast du dich gekriegt. Okay. Okay. So. Perfect. Okay. Gut. Das war jetzt die erste. Die zwei kommen. Das ist schon mal. Ja. Die zwei kommen. Aufschaukeln. Vielen Dank.